Hey, hier ist Philipp Sorkow, willkommen bei 4FMENT. In diesem achten Video aus meiner Meditationsserie erzähle ich dir nun etwas zu, ja, so ziemlich der bekanntesten Position, in der man meditieren kann, die Sitzmeditation, Sitzposition. Und ich meine, wenn man an Meditation denkt, das erste, was einem in den Sinn kommt, ist so eine Buddha-Figur, die im Lotus sitzt, die Hände vom Bauch gefaltet hat. Und man denkt, wenn man jetzt meditieren möchte, muss man sich unbedingt so hinsetzen und das ist ganz kompliziert und man ist nicht gelenkig genug und so weiter. Wenn du meine bisherigen Videos geschaut hast und schon einige der Übungen, die ich dir erklärt habe, gezeigt habe, probiert hast, wirklich aktiv probiert hast, zum Beispiel Atemübungen oder Übungen, um das eigene Körpergefühl zu verbessern, dann hast du bereits meditiert. Es fängt nicht erst jetzt an, es fängt nicht erst an, wenn du dich in irgendeine Position begibst. Ich meine, wenn, wie gesagt, wenn du schon meine Videos gesehen hast, ich sage das so oft, du kannst in jeder Position meditieren, du kannst auch im Alltag bei jeder alltäglichen Handlung meditieren. Dafür musst du dich nicht unbedingt in eine Position setzen. Tust du das aber, kannst du bestimmte Dinge erreichen, die du jetzt mit einer normalen achtsamen Meditation nicht unbedingt erreichen kannst. Das hängt alles davon, von deiner Absicht ab, von deiner Motivation, warum du meditierst. Ich meditiere nicht immer im Sitzen, ich meditiere nicht immer im Gehen, manchmal mache ich es dynamisch, manchmal mache ich das achtsam, je nachdem, wie ich Lust habe, wie ich mich fühle und das würde ich dir auch empfehlen. Also auch solche Sitzmeditationen hinzufügen, probieren, machen und im Alltag trotzdem achtsam meditieren als Ergänzung. So behält man diesem meditativen Zustand bei. Und ich finde, das ist wirklich das Beste. Wenn ich das mache, fühle ich mich am wohlsten, bin am ruhigsten, schaffe am meisten. Ja, dann kommen wir zu der Sitzmeditation. Ich habe wieder ein paar Videos vorbereitet. In dem ersten Video präsentiere ich die Sitzmeditation im Lotus. Dafür nehme ich ein Kissen. Das kann man aber auch anders machen, muss man nicht unbedingt den Lotus machen. Auch vom Lotus gibt es verschiedene Variationen. Man kann es auch im Knien machen. Man kann sogar auf dem Stuhl sitzen und dabei meditieren. Setze dich auf ein Sitzkissen oder eine zusammengefaltete Decke so hin, dass beide Knie den Boden berühren. Bewege dich leicht nach links und rechts sowie nach vorne und hinten, um die bequemste Haltung, in der deine Wirbelsäule gerade ist, zu finden. Stelle dir vor, dass an deinem Scheitel ein Faden befestigt ist, der durch deine Wirbelsäule geht, dich nach oben zieht und damit deine Haltung verbessert. Verspanne dich dabei aber nicht. Lege deine Hände nun vor den Bauch zusammen, die linke Hand in die rechte. Die Daumen berühren sich. Das ist eine klassische Haltung. Es gibt verschiedene Handpositionen, die man Mudras nennt. Sie kommen aus Indien und sollen deine Energien in verschiedenen Bahnen leiten. Wenn du dich aber vorher nicht damit befassen möchtest, dann empfehle ich dir die klassische Variante, denn dabei bleiben die Schultern entspannt und der Brustkorb ausgebreitet. So kannst du tief und gelassen atmen. Befinden sich die Hände jedoch zu tief, wird die Wirbelsäule krumm und der Brustkorb eingeengt. Das Atmen wird damit erschwert. Hältst du die Hände dagegen zu hoch, so läufst du gefahr, auch die Schultern mit anzuheben, was unbequem ist, verspannt und stresst. Die beste Position ist unter dem Bauchnabel. Der Lotus ist es deshalb so beliebt, weil die Knie und das Gesäß die Eckpunkte eines Dreiecks bilden, in dessen Mitte sich dein Körperschwerpunkt befindet. Somit kannst du in einer aufrechten Position lange verharren. Wenn du aber nicht sehr beweglich bist, dann kannst du auch eine einfache Form des Lotus einnehmen, so wie ich es tue. Ich lege die Beine nicht aufeinander, sondern vor mir nebeneinander. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich in meinen letzten Videos nicht wirklich betont habe, wie wichtig es ist, dass man körperlich entspannt bleibt. Ich habe es zwar gesagt, aber ich möchte nochmal betonen, dass es enorm wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Dass die Schultern entspannt bleiben, nicht angehoben sind. Das habe ich bereits, ich glaube, in meinem ersten oder zweiten Meditationsvideo erzählt, warum das für Stress sorgt. Außer den Schultern gibt es noch andere Spannungen, die für Stress sorgen können, wie zum Beispiel ein zusammengekniffener Hintern. Wenn du die Gesäßmuskulatur angespannt hast, wirst du auch gestresst. Das ist ein Teil von dieser Muskelpanzer-Geschichte. Noch eine Sache ist, wenn man die Zähne zusammenweist, dann spannen sich hier Muskeln an und an dieser Stelle entstehen dann Verspannungen. Und auch das sorgt für Stress. Wenn du dich zum Beispiel mit jemandem unterhältst und du erzählst ihm nicht gerade die angenehmsten Sachen, oder dieser Mensch durchlebt stressige Zeiten, dann kannst du das oft beobachten, dass der Mund richtig zu ist, die Lippen verspannt und er weist auf die Zähne zusammen. Man sieht das daran, dass die Muskeln hier an der Seite dann so spielen. Das ist ein ganz häufiges Bild bei gestressten Menschen. Das solltest du bei der Meditation vermeiden. Dafür den Mund, die Zähne nicht aufeinander beißen lassen, sondern den Kiefer locker lassen. Die gesamten Muskeln entspannen. Als Vorbereitung für Meditation habe ich bereits erwähnt, dass man sowieso ein bisschen Massage machen sollte, generell entspannt sein sollte. So gelingt der Einstieg in die Meditation viel besser. Achte darauf, dass du die Zähne nicht zusammenbeißt, der Kiefer entspannt ist. Du kannst zur Kontrolle die Zunge so ein bisschen, die Zungenspitze so ein bisschen zwischen die Zähne schieben, sodass du nicht irgendwann aus Versehen die Zähne aufeinander beißt und das irgendwann nicht merkst. Was ich noch empfehlen würde, ist die Zunge in der Mundhülle oben zu drücken. Nicht verspannt, sondern einfach nur dort zu positionieren und dort zu lassen. Dann kannst du natürlich die Zunge nicht zwischen die Zähne schieben, aber wenn du deinen Kiefer ohnehin locker hältst und gut kontrollieren kannst, dann brauchst du das mit der Zungenspitze auch nicht zu machen. Und noch eine weitere Sache, also Kiefer, Schultern, Gesäß, Beine, z.B. wenn du im Lotus sitzt. Und ich bemerke das recht häufig bei mir. Ich spanne dann z.B. meine Beinmuskulatoren. Mal die linke Wade, mal den rechten Oberschenkel. Nur um meine Sitzposition, um meine Balance zu finden. Das sollte man aber vermeiden. Dafür wippt man links, rechts, nach vorne und nach hinten, wenn man sich auf das Kissen hinsetzt, damit man diese perfekte Balance findet, sodass man dann später nicht mehr das Ganze durch muskuläre Arbeit erreicht, unterstützt. Das heißt, die Muskeln sollten wirklich entspannt sein, auch an den Beinen. Wenn du aber meditierst, dann merkst du es, dann wirst du es merken und kannst es bewusst dann entspannen. Das unterbricht die Meditation nicht und kannst sogar merken, wie es auf einmal viel besser geht, was dich dann motivieren kann, dich noch weiter in die Meditation zu vertiefen. Das ist bei mir zumindest der Fall. Bleib entspannt, Schultern locker, Brustkorb weit nach außen, um viel Luft zu bekommen. Den Bauch entspannt halten. Das ist auch so eine Sache, die bei uns häufig verspannt ist heutzutage. Vor allem im Sommer, wenn man im Schwimmbad ist, zum Beispiel bei Männern, dass man schön den Sixpack zeigen möchte, dass man dann oft den Bauch anspannt. Und dadurch, dass man das ziemlich oft und über längere Zeit macht, macht man das auch, wenn man Kleidung auf hat, weil die Muskeln diese Spannung lernen und beibehalten. Das sollte man echt vermeiden. Also auch Bauch entspannen, denn mit einem angespannten Bauch kannst du nicht tief in den Bauch atmen. Diese Regeln gelten natürlich auch für andere Varianten der Sitzmeditation, wie zum Beispiel der Meditation auf dem Stuhl. Achte darauf, dass die Wirbelsäule gerade ist und die Schultern ausgebreitet, der Brustkorb ebenfalls, damit du tief atmen kannst. Setze dich auf die vordere Hälfte oder vielleicht sogar das vordere Drittel der Sitzfläche, damit die Beine eher nach unten tendieren als nach oben. Du kannst deine Hände vor den Bauch legen, kannst sie aber auch auf die Knie legen. Allerdings löst du dabei Gefahr, über den längeren Zeitraum immer krümmert zu werden und es noch nicht einmal sofort zu bemerken. Deswegen empfehle ich entweder die Position vor dem Bauch bzw. auf den Oberschenkeln nahe zum Bauch. Heutzutage setzen sich viele cool und lässig hin, auch wenn niemand zuguckt und diese Haltung wird oft als bequem wahrgenommen. Tatsächlich aber verspannen sie nur unnötig Muskeln, Muskeln da, wo sie nicht gedehnt werden sollten und zerstört damit die gesamte Körperhaltung. Doch selbst wenn man eine Sitzhaltung einnimmt, für die der Stuhl scheinbar geformt wurde, ist das immer noch keine gesunde Sitzhaltung. Die Wirbelsäule ist immer noch nicht gerade und man hat oft keinen Kontakt mit den Füßen zum Boden. Die dritte Variante ist die kniende Position. Sie ist sehr verbreitet in den japanischen Kampfgensten, wie zum Beispiel im Karate. Obwohl man diese Position auf Fersensitz nennt, sollte man darauf achten, dass man nicht auf dem Fersen sitzt, sondern der Schwerpunkt auf die Schienbeine konzentriert ist. Gerade nach unten. Manchmal entsteht dabei das Gefühl, als würde man sich nach vorne neigen. Aber das ist in Ordnung. Oft ist die Vorstellung stärker als die Realität. Da man in der Meditation viel länger in dieser Position sitzt als im Karate, kann es dazu kommen, dass man aufgrund der Unbeweglichkeit der Füße immer noch Schmerzen bekommt. Und auch dafür gibt es spezielle Sitzbänkchen, die die Füße entlasten. Wie man letztendlich sitzt und meditiert, ist relativ egal, solange man die richtige Körperhaltung beibehält, die Ruhe bewahrt, tief atmet und das richtige Mindset dazu hat. Hier sieht man Übende bei der Meditation in der Zen-Tradition im Göttinger Zen-Do. Man sitzt ohne Gedanken und ohne Absicht regungslos da. Es herrscht absolute Stille. Man schaut sich die Wand vor sich an. Sodass absolut gar nichts einen ablenkt. Nicht mal der Philipp, der mit seiner Kamera herumhampelt. Natürlich habe ich sie abgelenkt. Deswegen vielen Dank für die Geduld. Wie ich schon sagte, gibt es verschiedene Formen von Meditation an sich. Auch Sitzmeditation. Man kann das für sich machen. Man kann das im Büro machen. Man kann das überall machen. Zu Hause. Solange die Sitzfläche nicht zu weich ist. Dafür würde ich deswegen ein Sofa nicht empfehlen. Man muss dafür nicht irgendeiner Tradition folgen. Zen ist eine wunderbare Sache. Die Zen-Meditation, also die Zen-Buddhismus, auch ohne Buddhismus, einfach nur Zen-Traditionen, der Meditation, ist wirklich gut, wenn es dich auf deinem Weg begleitet. Wenn du merkst, dass du nicht wirklich Fortschritte dort machst, dann probiere etwas anderes aus. Das heißt nicht, dass Zen ineffektiv ist. Ganz und gar nicht. Zen ist eine echte Kunst an sich, in der man wirklich Meister werden kann. Aber wenn du jetzt nicht unbedingt meditierst, um irgendwo ein Meister zu werden und um große Erleuchtung zu erlangen, um ein Buddha zu werden, sondern einfach nur, um dich herunterzufahren, all diese Gründe, die ich in meinen ersten Videos genannt habe, wenn du dir deiner Motivation bewusst bist, dann musst du nicht Zen machen. Fühl dich zu nichts gezwungen. Das ist, wenn du dich in ein Schema gezwungen fühlst, auch bei der Meditation, dann meditierst du nicht. Dann ist das sehr kontraproduktiv. Ja, soviel dazu. Das war jetzt das Video zur Sitzmeditation. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es gibt verschiedene Sitzmöglichkeiten. Den Lotus-Sitz, den Knie-Sitz und den ganz normalen Sitz auf dem Stuhl. Eigentlich ist es egal, wie du sitzt. Hauptsache, dass du die richtige Körperposition beibehältst, dass deine Muskeln dabei nicht verspannt sind, dass du tief atmen kannst und dass du in dieser Position über längere Zeit entspannt und bequem verharren kannst. Das ist wichtig. Wie du dann sitzt, ist absolut egal. Du kannst dir auch Hilfsmittel dafür nehmen, wie zum Beispiel ein Sitzkissen oder ein Sitzbänkchen oder auch, wie gesagt, ein Stuhl. Und das ist ein wichtiger Bestandteil der Meditation, aber nicht unbedingt voraussetzend. Also du musst nicht im Sitzen meditieren, um zu meditieren. Wie ich schon oft sagte, kannst du das auch beim Abwaschen machen, das kannst du beim Essen machen. Beim Essen ist es super effektiv. Du kannst es beim Gehen machen. Im nächsten Video erzähle ich was zur Gehenmeditation. Dann Achtsamkeitsmeditation generell. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gebe bitte eine positive Bewertung ab. Abonniere meinen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Es kommen noch einige Videos zur Meditation. Ich würde sogar sagen, die spannendsten Videos. Also die Informationsvideos sind sehr, sehr wichtig, aber wirklich praktisch wird es erst jetzt. Und ja, freu dich drauf. Es wird sehr interessant. Ich werde nach der Meditationsserie mit anderen Videos weitermachen und vielleicht auch zwischendurch wieder einige einbauen, wie das letzte Video über das Selbstbewusstsein. Solche Themen werde ich ansprechen. Also bleib dabei. Freu dich auf die nächsten Videos, freu dich auf die nächsten Serien, wo ich gruppenweise Videos mache, wie zum Beispiel zur Körperhaltung. Ich habe da wirklich eine Menge vor. Und ja, probiere es aus. Probiere es aus. Setz dich jetzt hin, meditiere und mach's gut. Bis zum nächsten Mal.